Der Name der Familie Thorn und Taxis ist untrennbar mit der Entwicklung des modernen Postwesens verbunden. Seit dem 12. Jahrhundert ist die adlige Familie in Norditalien nachweisbar. Dort unterhielt sie zunächst einen Kurierdienst für die Republik Venedig. 1490 erhielten Vertreter der Familie von dem späteren Kaiser Maximilian I. den Auftrag zur Einrichtung eines europaweiten Kurierdienstes. Seit 1748 residierte die Familie in Regensburg, wo sie 1810 das säkularisierte Kloster St. Emmeran erwarb und zum Schloss umbauen ließ. Noch heute wird ein Teil der Schlossanlage von der Familie Thorn und Taxis bewohnt. Im Rahmen einer Führung können die Prunkräume besichtigt werden. Ein Teil des Kreuzgangs ist noch im Originalzustand erhalten. Im Maßstall finden sich historische Kutschen. Außerdem kann die fürstliche Schatzkammer Thorn und Taxis besichtigt werden. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos. Testen Sie die Säk Accounts Testen Sie die Säk niche. Untertitelung des ZDF, 2020